In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die aktuell bereitstehenden Service-Releases und Hotfixes an Ihrem Einzelplatz-PC installieren. Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Datenbanken geprüft sind und dass sie über eine aktuelle Datensicherung verfügen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Dokument 108-00-90. Ähenden Sie vor der Installation alle Programme. Öffnen Sie den Installationsmanager über die Windows-Suche in der Taskleiste. Öffnen Sie den Assistenten zur Installation über das Menü Produkt Assistenten Installation starten. Wenn der letzte RZ-Abruf länger als 24 Stunden her ist, wird automatisch eine Verbindung zum Datafrechenzentrum hergestellt. Die aktuell für Ihre installierten Programme bereitstehenden Service-Releases und Hotfixes werden abgerufen. Warten Sie diesen Abruf ab. Unter Was wird installiert? sind die abgerufenen Versionen bereits vorausgewählt. Wählen Sie unter Wie wollen Sie installieren die Standardinstallation und unter Wo wollen Sie installieren die gewünschte Aktualisierungsart. Da Ihr PC ein Einzelplatz-PC ist, ist die Option Aktualisierung im Netz inaktiv. Wenn Sie ein Update in einem Dativ-Netzwerk durchführen möchten, gehen Sie vor wie im Dokument 1070820 beschrieben. Klicken Sie auf Starten. Die Installation startet. Der Einzelplatz wird dabei gegebenenfalls mehrfach neu gestartet. Anschließend werden automatisch die zur Verfügung stehenden Hotfixes installiert, die Datenbanken auf die neue Version angepasst und das System mit dem Service-Tool überprüft. Wenn die Installation abgeschlossen ist, öffnet sich der Installationsmanager. Mit einem Klick auf Beenden schließen Sie die Installation ab. Ihr Einzelplatz-PC ist nun auf dem aktuellen Stand. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020